Hi, ich bin Marco von Smartphone7.de und ich stehe hier gerade bei Sony am Stand und vor uns sehen wir hier den Tabletop PC. Was viel interessanter ist für uns, ist die Skype App, die hier in der Preview installiert wurde. Ich öffne sie direkt mal, ich habe mich schon eingeloggt und wie man sieht, es ist super schön gehalten im Metro UI. Man kann hier in die Kontakte gehen, da sieht man alle Kontakte. Man kann hier auch chatten. Ich suche gerade mal den Gianimo raus, dann kann ich hier mit ihm schreiben, hey, wie geht's, ah, was auch immer, senden. Und wie wir hier sehen, auf dem Handy, es funktioniert halt super, es ist direkt angekommen. Und ja, wir könnten jetzt direkt schon einen Videochat starten. Das Problem ist mit dem Samsung Omnia, ist das dann halt nur mit der Backkamera möglich. Probieren wir das ganz einfach mal. Ich nehme mal den Anruf an, antworte mit einer Videoübertragung und kann jetzt vom Handy mit der Backkamera quasi hier ein bisschen rumfilmen. Man sieht, natürlich wäre es mit einer Frontkamera alles noch ein bisschen schöner. Ja, das war der erste Eindruck zu der Skype-App. Gehen wir nochmal rein, machen wir das Ganze nochmal, gucken wir, was wir noch schönes haben. Wir haben eine History, wir können den Vorlauf wieder aufnehmen quasi. Ja, die ganz normale Settings-Bar mit den Permissions und den Rate-Sachen, was ich noch nicht gefunden habe, weil ich mich gerade ein bisschen drüber ärgere, ich kann mich nicht mehr ausloggen. Aber ich hoffe, die Kollegen von Sony können mir hier weiterhelfen. Danke fürs Zuschauen bei smartphone7.de und bis zum nächsten Mal. ... ...